Du willst deinem Ärger mal so richtig Luft machen? Dann nimm doch einfach diesen Bullshit-Button. Mit einem Schlag auf den roten Knopf kannst du allen deine Meinung geigen, ohne selber etwas dabei zu sagen. Spar dir falsche Freundlichkeiten und Höflichkeitsfloskeln. Fünf verschiedene Ausrufe stehen dir dabei zur Verfügung. Steigern kannst du das Ganze noch mit Und wenn gar nichts mehr hilft Mit diesem Button kannst du dir nervende Menschen vom Leibe halten. Aber auch gegen aufdringliche Verehrer oder Schwiegermütter hilft der Bullshit-Button.